Hallo, Willkommen bei Let's Play Life is Strange mit Malzbyman. Wir haben jetzt eine zweite Session begonnen, wo ich aufnehme. Und jetzt legen wir einfach mal los. Mit Nathan Prescott, bitte kommen Sie zur Front Office. Danke. Nein, ich will nicht da gehen. Boah, gucken wir mal. Hm, wer ist das? Nur ein Scherz. Es ist Rachel Amber. Rachel Amber. Sie sieht so hoffentlich und schön. Ich wundere, was mit ihr passiert. Jo. Also, es ist mal wieder Rachel Amber, die vermisst wird. Ich glaube, jedes vermissten Poster in dieser Folge wird mit Rachel Amber sein. Ich zähle nicht mit, wie oft das ist. Wenn es jemand machen will. Viel Spaß. Gut. Okay, was haben wir hier? Ah! Jackpot. Was? Oh, Mann. Nicht Rachel Amber Poster. Das ist gut. Ich würde so sein, wenn die eigentlichen Battle of Razorback war. Oh, irgendwas mit Sport. Aber Pizza. Das ist gut. Football, Pizza, Football, Pizza, Football, Pizza. Nur ein Scherz. Natürlich die Pizza. So, gucken wir uns jetzt mal um. Ein Springbrunnen. Oh, da haben wir eine Nachricht. Von diesem Waren-Typ. Oh, Gott. Jetzt müssen wir es wieder lieben. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, dich zu lernen. Ha! Kenn ich. Naja, jeder Student und jeder Schüler kennt das. Ich bin ein Student. Ich könnte das. Naja, ich brauche keine Ausrede. Ich lerne einfach nicht. Ich mache stattdessen Let's Plays. Okay. Okay, jetzt müsste ich mal gucken. Toll, das sind neue Seiten dazu gekommen. Okay. Hier ist eine weitere Seite. Können wir es mal angucken. Hier wird das mit dem Zeit zurückschrauben gefasst. Hier ist das mit dem Klo und dem Mord. Mord auf dem Abort. Ha! Der Titel, den finde ich immer noch gut. Ist ja auch von mir. Ah, das ist auf dem Locus und so weiter. Und jetzt sind wir schon draußen. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. This is a great image. All those rippling green coins. Ah, da habe ich das Ziel. Das ist praktisch. I hope everybody got their wish. Okay. Kann ich das fotografieren? Oh, nö. Wahnsinn. I bet the black wolf founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Shit cats? Oh. Naja. Eine interessante Rede bitte. Machen wir mal ein Foto. Juppie. Ein weiteres Achievement. Diese Hinsetzen Sache hier sind sehr verführerisch. Oh. Die nun wieder. I've never seen so many missing persons posters for the same person. I could go for a burger now. Jo, a burger. Gute Idee. I've never seen so many missing persons posters for the same person. Jo. Who is that? Jo, Justin. Check out the max. Come to thrash? Oh, yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Uh, jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Hey! Wir können den Busruck weit fahren lassen. Ja, von weiß ich besser. Nicht auf meiner Umtidal Space. Yo, Justin. Check out the max. Übersprüngen. Yeah! Haha. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see, uh, nose slide. Let's get Trevor all over that action. Yopie. Haha. You! Oh! 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 Oh my god. I walked away from him right now. Blah, blah, blah. Ich kam zur Nussla... Oh, schick! Blah, blah, blah! Warte, geh für einen Treeflip. Lass uns Trevor... genug davon! Nein! Ja! Oh, es gibt sogar die Schiefe dafür! Ich habe zwar die erste Episode durchgespielt, aber das wusste ich doch nicht! Oh, toll, Max! Lass mich doch bitte etwas mehr Open World machen! Sonst spiele ich GTA oder... was weiß ich! Wahnsinn! Jetzt muss ich zurück in die Dorm. Diese Zeit nie enden. Warren ist für mich und his flash drive in der Parking-Lot. So, ich besser zurück in die Dorm. Ja, ja... Ich bin sicher, diese Coaster hat stopt millions of boys. Too much information. Be here now. Multitasking keeps you busy but not alive. Social media is not a replacement for reality. Okay, genug davon. Ah, das was kommt. Posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Ach die, guck mal, was kommt. Oh, Schwimmbad. And this is where the otters perform their aquatic magic. Wer hat die musik gestartet? Ich nicht. Wer noch. Otter power? I'm so not there. That is flutter. Guck mal, ob die hier sind. We get a lot of mileage out of otter power. Okay. Oh, die mit ihrem ... Ist das legal? Ach, ist egal. Es gibt zu viele Konspiracy-Site. Das könnte für dich zu kompliziert sein. Wunderbar. Warren sagte, du war smart. Bitte, steck zurück. Wie ein kompliziertes Name für so einen kleinen Drone. Highfly B 400 Evo. 14 plus. Da kann ich ... Da ist Schatz auf. Wee! Zurückspulen! Sprechen! Ja. Ja. Juppie! Wie konnte die Drone fliegen? Juppie! Ich kümmere den Flug-Gedrohen! Wett! Oh, nein. Oh, nein! Something bad will happen! Nein! Kein Abstoß! ich mag kamera fahrten mensch bitte unter der bank durch die jungs wieder das ist cool etwas machen nein wir können die letzte zum aufhören drücken aber eigentlich ist es witzig jetzt machen wir das so lange wie möglich und dabei macht schon pause nein wir haben eine runde oben also ha ha das ist gut ich setze mich mal hier hin und guck mal was passiert dann kann ich dann noch einen cut machen dass wenn da irgend so eine längere cut langweilige cutscene kommt die nicht notwendig ist dass ihr in der nächsten folge weiter gucken könnt also ich setze mich hin und genieße das sitzen this day has been so insane everything is happening too fast and none of it makes any sense these visions this power i keep expecting to wake up one more time but if this is a dream then i'm not asleep which means somehow i did rewind time so there has to be a reason and i have to find out why so 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 futtern holt sie sicherlich vorbei guckt doch jemand von euch zu ist unwahrscheinlich bei dieser gigantischen kürzchen ich kann aufstehen warum habe ich das nicht vorher bemerkt naja aber eigentlich ist es auch ganz schön ich stehe auf ja ich habe die kaxin beendet und jetzt beende ich diese episode bis gleich